Wie viele Antihaftpfannen haben Sie ausprobiert? Sie merken, dass Sie Ihren Antihaft-Effekt nach wenigem Gebrauch verlieren. Jetzt müssen Sie nicht länger mit einem qualitativ mangelhaften Antihaft-Effekt zurechtkommen. Wir stellen Starlife Copper & Stone Pan vor. Das ultimative und langlebige Antihaft-Kochgeschirr, das beim ersten, beim hundertsten und beim tausendsten Mal funktioniert. Die brandneue Pfanne hat sieben einzigartig kombinierte Schichten für eine nie dagewesene Langlebigkeit und professionelle Ergebnisse. Sehen Sie nur, wie unsere Pfanne einer erdrückenden Kraft von über 9000 Kilogramm standhält. Und Sie haben noch nie einen Antihaft-Effekt wie diesen hier gesehen. Noch nicht einmal dieses Schleifgerät kann hier etwas anhaben. Feuer kann Copper & Stone nichts anhaben, man kann sie leicht sauber wischen. Feuer? Man kann sogar einen 1500 Grad heißen Schweißbrenner benutzen und die Pfanne verkohlt nicht. Verblüffend! Das Geheimnis, eine äußere Aluminiumschicht ist mit einer Stahlschicht verschweißt. Und das Innere besteht aus einer robusten Steinschicht für maximale Haltbarkeit. Der Stein wurde für eine gleichmäßige Wärmeverteilung mit Kupfer verschmolzen. Dazu kommt dem Pfanneninnern eine dreifache hochentwickelte Antihaftbeschichtung. Diese sieben Schichten bieten das Beste aller Welten. Denn alles gleitet ganz leicht heraus, was bedeutet, dass man auf die Zugabe von Öl verzichten kann. Sie können gesünder kochen, Cholesterin vermeiden und sogar Gewicht verlieren. Einfach zu reinigen! Dank der überlegenen Wärmeleitung von Kupfer wird eine extrem schnelle Erhitzung sichergestellt. Ein Vorheizen ist nicht nötig. Man kocht ohne Verbrennen, sogar bei der Zugabe von nur wenig oder gar keinem Öl. Und wie bei den Kochsteinzubereitungen sorgt die Steinschicht der Copper & Stone Pen für eine hervorragende Wärmespeicherung. Was die Geschmäcke bereichert, als ob Sie ein professionelles Küchenchefwerkzeug in Ihrer Küche haben. Verwenden Sie sie auf Gas, Induktion, Ceran oder Elektro. Alles was Sie brauchen ist Copper & Stone!